Bushcraft Bohrer? Wozu sollte man einen Bohrer zum Bushcraften oder für das Survival-Creening brauchen? Wenn die Antwort darauf ist, dann bleib dran! Hallo Willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Problem. Es ist ganz schön, dass du dabei bist. Das sind meine zwei Bushcraft Bohrer. Das sind Handbohrer. Das hier ist ein kleines feines Teilchen, das ich sehr gerne einsetze. Wir werden es dann auch nachher gleich testen. Für Fallenbau natürlich nicht, wir stellen keine echten Fallen auf oder ich stelle keine echten Fallen auf, die dann auch wirklich eingesetzt werden, sondern einfach nur zu Übungszwecken. Und gibt es auch eigene Seminare bei mir, zum Beispiel auch ein Online-Seminar, billige Eigenwerbung, da unten der Link schaut das an beim Nahrungskurs. Oder dieses fette Teil hier, das ich seit letztes Jahr im Herbst immer wieder getestet habe und ich habe das lieben gelernt, dieses Teilchen hier. Und zwar, das ist im Endeffekt nichts anderes als ein ganz normaler Handspiralbohrer. Und jetzt kannst du dir fragen, wieso braucht man das? Also wenn man eine gewisse Störung hat, so wie ich, dann braucht man das auf jeden Fall. Oder wenn du Bushcrafter bist oder Bushcrafterin und du willst ein bisschen härtere Projekte angehen, also nicht nur einen Löffel schnitzen oder so, sondern auch eine Konstruktion, die was aushalten soll, dann ist das vielleicht was, was du gut finden wirst. Zum Beispiel für den Bau einer Vogelfalle. Und ich möchte gleich eines dazu sagen. Fallen bauen ist eine gute Sache. Einfach aus dem Grund, weil du dadurch extrem viel lernst und etwas kannst und etwas zur Verfügung hast. Einerseits handwerklich, du weißt, welche Hölzer gut zu bearbeiten sind. Du musst ein bisschen was tun und ist alles gut. Aber bitte keine Fallen aufstellen. In der Realität, abgesehen davon, dass es verboten ist, ist es auch wirklich unnötig. Also solange der Supermarkt offen hat und bei McDonalds, beim Drive-In man so viel fressen kann, dass man so blatt wird wie ich, braucht es nicht auch noch irgendwelche Wildtiere, besonders wenn sie auch noch geschützt sind. Also wirklich, das muss nicht sein. Aber das hier zum Beispiel, das ist so eine Vogelfalle, die ich, das ist eh klar, das ist ein Werbevideo, oder? Auch in meinem Kurs herzeige, dem Nahrungskurs. Aber wie gesagt, schaut euch das an. Ich will jetzt gar nicht noch weitermachen, weil das würde jetzt zu lang dauern. Aber ich habe jetzt mal auf diesen beiden Seiten verjüngt. Und jetzt muss man da dazwischen, das ist so ein ganz langer Stamm, wie du siehst, der wird dann reingekaut. Aber ich will nicht zu viel dazu sagen. Da braucht es jetzt hier an dieser Stelle ein Loch. Und der Felix Himmler, wenn du den nicht kennst, den Felix Himmler, dann musst du das unbedingt nachholen. Also wenn du sagst, Felix Himmler habe ich noch nie gehört, dann gib jetzt oben bei YouTube, nachdem du mein Video fertig angeschaut hast, ein Felix Abstand Imler. I-M-M-L-E-R. Und wenn du nichts gegen Schweizer hast, bist du genau an der richtigen Stelle. Denn der würde jetzt sein Schweizer Taschenmesser auspacken und seine Ahle dafür verwenden. Felix, wenn du das siehst, schöne Grüße. Ich habe dich schon lange nicht mehr live gesehen und mir haben lange nicht mehr telefoniert. Du gehst mir ein bisschen ab. Aber wie auch immer, der würde das mit seiner Ahle machen. Aber ich bin kein Schweizer und ich bin nicht der Felix Himmler. Daher verwende ich einen Bohrer. Und da gibt es jetzt eben zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist dieser Handbohrer hier, der auch wirklich ein feines, schönes Loch macht. Ich will jetzt nicht weitermachen. Ist ein bisschen aufwändig. Oder wenn du ein fetteres Loch brauchst, was bei dieser Vogelfall ja nicht notwendig ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Konstruktion bauen willst, drei Beine oder was, was nicht nur mit irgendeinem Bandl, also mit einer Schnur zugemacht werden soll, sondern so richtig halten soll, dann ist das hier wirklich eine Überlegung wert. Denn du setzt das hier im besten Winkel, den du nur irgendwie ansetzen kannst, an und beginnst hier vorsichtig einzubohren. Und ich sage dir eines, das ist hier ein Haselstock und genau darum geht es ja, dass man was baut, dass man schaut, welches Holz funktioniert da gut, welches dreht sich. Also diese verdrehten Haselstöcke, die gibt es zwar überall und die sind vielleicht zum Schnitzen gut, aber irgendwas schön ist wirklich so, na egal, Themenwechsel, Themenwechsel, Themenwechsel. Da gibt es dann andere Hölzer, die für spezielle Aufgaben besser geeignet sind. Das hängt mit der Ständigkeit des Baumes zusammen, nämlich wie die Maserung wächst. Aber die Tischler und anderen Holzwürmer unter meinen Zusehern werden jetzt lächeln und sagen, genau so ist. Ich habe das auch lernen müssen. Aber wie du jetzt siehst, das bohrt sich da richtig schön rein. Und es ist gar nicht einmal so einfach, denn mit der Zeit wird das richtig streng. Aber ohne Fleiß kein Preis. So, und da bohrt man schön durch und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt schon da ja schaut da schon hinten raus. Und jetzt geht es dann noch ein Stück weiter. Ich drehe das jetzt auf die Seite, damit du das schön sehen kannst. Und ja, ich meine, was erwartest du? Das wird funktionieren. Hier mit diesem Teil, das man oben einschreibt, kann man das schön drehen. Das ist auch im Lieferumfang enthalten. Ich gebe da natürlich den Link auf Amazon, wo ich das selber gekauft habe. Ich habe die leider nicht selber im Shop, weil, wie gesagt, oft sind die Einkaufspreise, das kommt sicher irgendwo aus China und die bieten das auf Amazon zu einem Preishandler, wo ich einfach nicht mit kann. Obwohl ich es wirklich wahrlich gerne anbieten würde, weil ich immer denke, für den einen oder die andere Buschklöfterin, ist das eine schöne Sache. Oder wenn du sagst, ich möchte unabhängiger von Strom oder sowas sein, aber du glaubst, dass du etwas bohren musst, dann bist du hier richtig dabei. Aber jetzt aus irgendeinem Grund, ich will es nicht, warte mal, ich muss da ein bisschen mehr Druck aufbauen. Ganz kurzen Moment, aber das ist halt so ein Reif. Also so eine Akkubotmaschine, das ist wirklich eine gute Erfindung, ich weiß nicht. Und Zeit lassen. Was bei einem Video natürlich lustig ist. Also ich plage mich da wirklich. Das ist wirklich ein schönes, frisches, tolles Holz. Aber jetzt bin ich durch. Jetzt spüre ich es. Jetzt habe ich schon unten reingebohrt. So, jetzt bin ich durch. So schaut das dann auf der Hinterseite aus. Da kommt die Sache dann raus, ist eh ganz klar. So, jetzt bin ich durch. Jetzt müssen wir da ein bisschen überstandig arbeiten, weil sonst bohre ich da nämlich in meinen Hackstock rein und das ist ja nicht Sinn und Zweck. Und schon einmal, jetzt geht die Sache, flutscht die richtig schön durch. Und jetzt gehe ich wieder in die andere Richtung und die Sache ist erledigt und ich habe eine wirklich schöne Bohrung. Aber das wirst du gleich sehen. So, ja und da ist sie nun. Da ist nun ein Loch. Jetzt sagst du, ja Rainer war voll super. Jetzt habe ich mir ein Video angeschaut und da hast du mir jetzt ein Loch gebohrt. Eh klar. Aber das ist es. Ja, mir kann das nicht. Aber das ist doch cool, oder? Wir haben bei einem Training im Jahr 2019 im November daraus unterschiedlichste schöne Konstruktionen gemacht. Denn du kannst natürlich jetzt auf der anderen Seite genau dasselbe machen mit dem selben Durchmesser, mit dem selben Bohrer und hier dann ein Stück Holz durchjagen. Und dann hast du eine schöne stabile Verbindung, die natürlich dann noch einmal mit einem Seil gesichert wird. Das ist alles okay. Aber das gibt dir natürlich die Möglichkeit noch einmal schöner und cooler zu arbeiten, um zum Beispiel etwas zu machen für einen Potthänger oder was auch immer. Da sind ja keine Grenzen gesetzt. Und mich hat das ganz einfach total fasziniert, dass ich das auf Amazon gesehen habe, Handbohrer. Ich war nämlich gerade auf der Suche nach Ausrüstung, die stromlos geht. Das ist auch so ein kleines Steckenpferd von mir. Eh ganz klar. Und das hat mir uhrgefallen. Das Ganze wird ausgeliefert in so einen Samtteil. Da ist normalerweise so ein Plastikschutz drauf, aber der ist schon irgendwie verloren gegangen. Das hält nichts. Das schiebst du dann auch da so rein und die Sache ist erledigt. Dann dies hier dazu. Das ist sehr wichtig. Also ohne dieser Querverstrebung wird es eng. Und dann kannst du das schön transportieren. Es wird halt schmutzig, weil das so ein Samtbeutel ist und die Sache ist erledigt. So, mit diesem kleinen Teilchen hier hätte es noch viel länger gedauert, hier ein Loch zu machen. Ja, möchte ich gleich dazu sagen. Es gibt es auch in unterschiedlichen Durchmessern. Ich habe absichtlich so einen Fetten genommen. Schau dir das ganz einfach an. Wie gesagt, ich gebe dir den Link auf Amazon. Mit dem kleinen hier wäre das natürlich nicht so leicht gegangen. Besonders nicht bei dieser Stärke. Da hätte ich noch mehr abnehmen müssen. Auch für die Falle ist es gar nicht notwendig, so dick zu arbeiten. Aber ich wollte einfach... Es geht ja nicht darum, dass ich da zeige, wie die Falle geht. Da will ich ja, dass du meinen Kurs kaufst. Na, wie auch immer. Aber das geht natürlich auch mit dem hier. Nur dauert es ein bisschen länger. Und man muss dann von zwei Seiten irgendwann zu arbeiten beginnen. Besonders bei so einer Dicke. Ja, das war's. Schreib mir bitte einen Kommentar, was du davon hältst. Ob du sowas im Einsatz hast. Welche Bushcraft-Projekte du eigentlich magst. Außer Löffel schnitzen, Bier trinken und, ich weiß nicht, Würstel grillen. Sondern schreibe einfach, was du so als Bushcrafter umsetzt. Was du bei deinen Survival-Training einsetzt und was du von dem teilhältst. Daumen nach oben oder nach unten. Ganz, wie du magst. Einen Link findest du unten auf Amazon und ein paar andere Videos und sowas und überhaupt. War schön, dass du dabei warst. Bis bald und ciao. Untertitelung. Vielen Dank.